Alis Vincent, Sie sind CEO der Graubünden Kantonalbank, das seit 14 Jahren. Sie verfolgen natürlich auch als Bankseo die Wirtschaftsentwicklung im Kanton Graubünden. Wie würden Sie die schätzen? Insgesamt geht es dem Kanton Graubünden sicher nicht schlecht. Wir haben im Churer Rheital eine sehr gute Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahren. Wir haben das Glück, dass wir sehr erfolgreiche, grosse Firmen angesiedelt haben im Churer Rheital. Wir haben sehr viele Dienstleistungen, auch sehr viel im Zusammenhang mit der Fachhochschule. Und im Gesundheitswesen, das ist sicher eine sehr erfolgreiche Geschichte. Wir haben auf der anderen Seite aber auch, und das weiss man natürlich auch aus dem Tourismus in den Bergregionen, gewisse Schwierigkeiten. Weil wir vor allem strukturelle Defizite haben. Und das bedeutet dort natürlich schon wenig Wachstum. Gerade Sie als Kantonalbank, die stark verwurzelt ist, der dominante Player ist auch im Kanton als Bank. Wie wirkt sich diese Tourismuskrise auf Ihre Bank aus und den Geschäftsverlauf? Ja gut, zunächst mal muss man sagen, Tourismus ist wichtig im Kanton Graubünden. Das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass gerade Böthner Kantonalbank jetzt allein im Tourismus investiert werden. Wir sind natürlich eine Bank, die sehr gut diversifiziert ist. Und darum sind wir auch in der Lage, unsere Tourismusakteuren auch zu begleiten. In ihren Projekten und auch in ihren Entwicklungen. Was es aber bedeutet, ist natürlich, dass wir viel weniger Wachstum haben in diesen Regionen. Und das bedeutet auch weniger Wachstum für die Bank. Und wir wollen uns sicher auch aus Risikoüberlegungen natürlich so aufstellen, dass wir in einer Industrie, die im Moment mit Schwierigkeiten kämpft, dass wir da nicht in den Softside laufen. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gemacht. Das zeigt auch unser Risikobild. Gerade eben, Sie haben gesagt, der Tourismus steckt in einer Krise, in einem Strukturwandel auch. Wie wird dieser Strukturwandel gerade so im Kanton Graubünden ablaufen im Tourismus? Es sind verschiedene Elemente. Also was man sicher sagen kann, ist, dass man von der Clean-Betrieb, von der Clean-Betrieb natürlich in grössere Einheiten wird migrieren. Man sieht auch, dass die neuen Investoren, die nach Graubünden kommen, und da sind zum Glück noch viele, doch ihre grössere Hotelbetriebe bauen. Und natürlich auch im Wettbewerb, im weltweiten Wettbewerb, muss man heute sagen, auch konkurrenzfähig sind. Das ist mal wichtig. Und man sieht auch bei den Bergbahnen, dass Zusammenarbeit, Zusammenschlüsse dazu führen, dass da auch wirtschaftliche Einheiten können entstehen. Was die grosse Schwierigkeit ist, ist der strukturelle Kostendefizit, den wir haben. Wir kämpfen natürlich im Bündnentourismus mit sehr hohen Löhnen und sehr hohen Einkaufskosten und auch sehr hohen Regulierungskosten, beispielsweise im Bau, wo der Bündnentourismus gegenüber der, Mitbewerber, wenn wir in Österreich nehmen, in Italien, schon stark benachteiligen. Und das ist nicht ganz so einfach unternehmerisch zu überwinden. Schlussfrage, ich habe gelesen, dass Sie jeden Morgen nach Wufstum Apfellässig trinken. Wieso macht Sie das? Ja, ich mache das, weil mir das irgendwann einmal zugetragen wurde. Und seitdem ich das mache, überzeugt mich das. Ich habe das Gefühl, es tut meiner Gesundheit gut. Vielleicht ist es auch nur im Kopf. Aber man liest immer wieder, dass es eine sehr hilfreich ist, um den BH, Haushalt zu regulieren, der Verdauung hilft es, der Gewichtsregulierung hilft es. Und ich glaube, wenn es vom Kopf her stimmt, dann ist das eine gute Sache, dann macht man das gerne morgen früh. Also es ist keine spezifische bündnische Eigenschaft? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird sehr viel gemacht. Und es ist überraschend für mich, ich habe das in einem Interview schon mal gesagt und seitdem habe ich sehr viele Feedbacks zu diesem Thema bekommen. Ich glaube, das ist ein Thema, das sehr breit gekannt ist. Ich glaube, das ist ein Thema, das sehr breit gekannt ist.